Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, ich bin hier auf der FIBO und jetzt gibt es so ein kleines Vlog-Special, keine Ahnung, ich bin hier so ein bisschen im Fehlerplatz, wie ich sehen muss, oder ich muss auf jeden Fall noch eine ganze Menge trainieren, auf jeden Fall glaube ich, es wird ganz lustig und wir gucken uns mal um, wie das hier so aussieht. Einen wunderschönen Einen wunderschönen Einen wunderschönen Einen wunderschönen Einen wunderschönen So, kleine Pause, kurz mal sitzen. Es ist echt schlimm, wenn man hier über so eine Messe rennt. Mit einfach mal den krassesten Beinmuskelkarten, den man sich wohl vorstellen kann. Es ist einfach nur anstrengend, aber irgendwie doch ganz cool, sich so die ganzen Geräte und so anzugucken, die man sich holen könnte, wenn man Geld hätte und ein eigenes Studio oder sowas. Aber ja, viele krasse Leute, die hier rumlaufen. Ich muss noch eine ganze Menge trainieren. Aber einige, die hier sind, die sehen so aus, als hätten die noch nie ein Fitnessstudio von ihnen gesehen. Von daher bin ich immer ganz gut dabei. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020